Das ist Linda. Sie arbeitet für ein Modelabel und erfüllt Kundenwünsche mit der vielseitigen Brother PR1055X. Das ist smart, denn was Kunden noch mehr schätzen als Dinge, die sie mögen, sind Dinge, die sie lieben. Das ist Tom, Lindas Freund. Er arbeitet lieber für sich selbst, wäre aber gerne so smart wie Linda. Deshalb hat er mit der vielseitigen Brother PR670E sein eigenes Business gestartet. Das ist auch smart, denn jetzt individualisiert er alle möglichen Dinge für seine Kunden. Das ist Lindas Mutter Mary. Und das ist ein Bild, das Tom für sie gemacht hat. Das ist super smart. Denn Linda liebt ihn jetzt noch mehr als jemals zuvor und will eine Familie mit ihm gründen. Deshalb hat sich Mary die kompakte Brother VR zugelegt, um sich für ihr künftiges Enkelkind selbst so richtig ins Zeug zu legen. Was ist mit dir? Sei wie Linda, Mary und Tom. Sei smart.